Glück auf, ich begrüße euch zu einem und zwar dem letzten BDC-Video mit Quartalzahlen für Q2 2024. Dann ist jetzt Schluss, was die BDCs angeht. Ich glaube, es kommen noch Zahlen von meiner Schifffahrtsgesellschaft, TMD, Tom und einem CLO-Fund. Da könnte ich noch Videos drüber machen oder werde ich bestimmt auch noch. Aber mit den BDCs sind wir jetzt einmal durch. Ich war, würde ich sagen, so ein gemischtes Quartal, gar nicht schlecht, aber auch nicht so super gut. Und das endet jetzt aber ein bisschen auf einer persönlichen Note, würde ich mal denken, hier mit Cashcent oder wie man auch kurz sagen kann CCAP. Denn das ist das Börsenkürzel von diesem BDC. BDC, wer es noch nicht weiß, Business Development Company, finanziert kleine und mittelgroße Unternehmen in den USA mit Kapital. Entweder in Form von Krediten, das ist so der Hauptteil und eher seltener auch in Form von Eigenkapitalbeteiligungen. Man kauft also dann kleinere Anteile an diesen Unternehmen und verkauft die dann auch wieder nach sieben bis zehn Jahren. So, soviel zum Allgemeinen und wir kommen jetzt vom Allgemeinen insbesondere. Das ist der Bericht, in den gucken wir auch nochmal kurz rein. Erstmal vielleicht der Kursverlauf hier über fünf Jahre. Die sind erst seit 2020 an der Börse. Das ging, die sind rausgekommen hier mit 14 Dollar, oder knapp 16 Dollar an die Börse gegangen. Ging es erstmal rapide abwärts. Hier, das war dann ja am 13.03. Corona-Situation. Ja, wirklich. Dann ein Aufwärtstrend bis zu einem Höchststand hier von über 20 Dollar. Dann mit den steigenden Zinsen wieder runter. Tiefstand also hier im Herbst 2023. Und seitdem hat man sich wieder auf den Marsch nach oben gemacht. Ich selber habe den schon mal vorher beobachtet und bin eingestiegen. Jetzt muss man mal hier gucken auf drei Monate. Bin eigentlich hier eingestiegen. Also zum Glück nicht an dem Punkt, sondern an dem Punkt. Hat von einem kleinen Unterschied. Dann ging das hier im August. Anfang August, 5. August, Kräfti nach unten. Und auch am 2. August. Also der Freitag und der Montag. Und ich glaube am Dienstag habe ich dann nachgekauft. Am Montag hat glaube ich nicht mehr geklappt. Aber mein Dienstag habe ich dann gekauft. Ich glaube nicht ganz am Tiefstand, aber ich war dann doch noch zufrieden. Weil die Differenz zu meinem vorherigen Kauf dann auch noch entsprechend groß war. Ich habe also hier am 1.7.150 Stück für 17,60 Euro gekauft. Und dann nochmal am 1.8.100 Stück für 16,30 Euro. Die Differenz hier von 1,30 Euro schien mir da ausreichend zu sein. Ich habe das jetzt auch bei zwei verschiedenen Brokern liegen. Und bin jetzt nach den Q2-Zahlen eigentlich ganz zufrieden, dass ich da eingestiegen bin. Und dann wollen wir doch mal umschalten auch in die Q2-Zahlen hinein. Und fangen wir immer an mit dem Asset-Bestand. Das sind die Investments, die das Unternehmen gegeben hat. Also wie ich schon sagte, hauptsächlich Darlehen an ihre Kunden. Und der Kunden gibt es 183. Das ist also, wenn ich jetzt mal hier zurückschaue, zwei Jahre, dann ist das eine gute Zunahme. Die haben also ihren Bestand um ein Viertel, sage ich mal, grob gesteigert. Plus 25%. In 2024 jetzt im Moment ist es stabil. Kann man jetzt nicht wirklich von einer Steigerung sprechen. Ja, es sind immer noch 1,8% mehr. Aber letztes Quartal war es ein bisschen weniger als Ende 2023. Also, ja, das Problem aller BDCs. Höheres Angebot trifft auf geringere Nachfrage, mehr Wettbewerb bei den Kunden. Und dann auch meistens etwas niedrigere Zinsen, die man jetzt schon den Kunden operieren muss, damit man die Finanzierungsaufträge bekommt. Cash-Bestand. Ja, Durchschnittswert hier 8,5 ist nicht sehr groß. Der BDC selber ist gar nicht so klein mit 1,6 Milliarden. Da haben wir BDCs, die nur halb so groß sind. Aber die einzelnen Ausleihungen sind eher klein. 180 verschiedene ist dann wieder eine gute Diversifikation. Andere BDCs haben nur 100 Kunden. Das sind immerhin doppelt so viel. Ich denke immer daran, einer fällt aus, dann ist das hier ein halbes Prozent. Bei einem anderen, der nur 80 Kunden hat, ist das vielleicht schon 1,25%. Also, mehr Unternehmen ist auf jeden Fall besser. Ares hat ja 550 mittlerweile schon. Also, obwohl das ein sehr großer BDC ist und die sich auf die Großen stützen könnten, haben die eben auch sehr breit gefächertes Portfolio. Und hier haben wir aber auch ein relativ breit gefächertes, würde ich mal sagen, wenn ich das so in meinem Kopf mit anderen vergleiche. Cash-Bestand. Achso, vielleicht noch davor gesagt, wir haben einen extern gemanagten BDC. Das heißt, der hat eine Management-Gesellschaft im Hintergrund und die kassiert Gebühren dafür. Da müssen wir mal angucken, wie das mit den Ertragskennzahlen aussieht. Grundsätzlich sind extern gemanagte an der Börse unbeliebter. Oder man kann es auch positiv sagen, sie sind preiswerter zu haben, als die intern gemanagten. Produzieren aber meistens auch weniger Erträge. Weil die Verwaltungsgesellschaften, die Management-Gesellschaften Geld abziehen. Wen das stört, der muss intern gemanagte kaufen. Die sind aber eben auch teurer. Aktiva, schön Cash. Aktivistisch unauffällig. Da ist irgendwo hier zwischen 15 und 36 Millionen. Aktiva Gesamthaben. Also auch ähnlich zugenommen wie der Asset-Bestand. Also auch unauffällig. Die Ausleihung hat man jetzt stärker hochgefahren. Man ist also von 870 auf 920 hochgegangen. Ausleihungen sind stärker gestiegen. Dafür ist dann das Eigenkapital praktisch unverändert geblieben. Und das bedeutet natürlich, dass wenn ich einen Quotienten bilde, Eigenkapital durch einen Bilanzwert, dann habe ich einen leichten Rückgang im Eigenkapital. Aber ich sage ja immer, alle extern gemanagten, die 45% oder mehr haben, sind im Moment gut. Es gibt, glaube ich, gar keinen extern gemanagten, der über 50% hat. Und die etwas schlechteren liegen drunter. Also von daher bin ich hier mit 45%. Das ist voll auf meiner Erwartungslinie. Und dass sie jetzt mal ein bisschen mehr externes genommen haben, muss man gucken, wie die Zinsaufwendungen aussehen. Und da schauen wir als nächstes drauf. Denn das waren jetzt alle Bilanzinformationen. Und ich sage unauffällig, positiv, dass sie es wieder geschafft haben. Hier ein bisschen um 3% ihren Bestand hier an. Assets zu vergrößern an Ausleihungen. Kommen wir zu den Zinseinnahmen. Da haben wir also 49,5 im letzten Montag, jetzt 48,1. Das ist ein bisschen zurückgegangen. Nicht so schön. Dividenden und anderes kann es nicht rausreißen. Wir haben also einen Rückgang um 3% in den Einnahmen gegenüber Q1. Wenn ich es hier hinten vergleiche, dann liegen wir besser als das Vorjahr um 5% und auch noch besser als Q3 im Vorjahr. Aber auch hier kann man vielleicht sagen, Höhepunkt ist erreicht und überschritten. Der naive Zuschauer hätte jetzt erwartet, wenn das steigt, muss das um 3%. Müssen die Einnahmen auch steigen. Aber zum einen ist das ja nicht alles am ersten Tag des zweiten Quartals vergeben worden. Und zum anderen ist das Problem eben, dass die Neuvergebenen, das werden wir nachher im Bericht sehen, auch ein bisschen niedriger für Zins sind als die Alten, die auslaufen. Oder als manche der Alten, die auslaufen. Oder als der Durchschnitt, den wir haben. So ist es noch korrekter gesagt. Der Durchschnitt der Bestände zum 31.3. hat höhere Zinsen generiert als das, was neu vergeben wurde. Das ist eben der Wettbewerbssituation geschuldet. Die Zinsraten der FED sind ja noch nicht gesenkt worden. Und trotzdem haben die BDCs eben Druck, weiterhin solche hohen Zinsen zu halten. Und kann der eine oder andere sagen, ja 12% ist doch auch gut. Ja, ist auch gut. Ja, nur 12,7% war natürlich noch besser. Für mich als Aktionär, für den Endkunden, der das bezahlen muss, der ist vielleicht zufriedener, wenn er eben ein bisschen niedrigere, wenn er derzeit Verträge abschließen kann, wo eine 11 davor steht, 11,5 oder so 11,2. So, und man hat natürlich Zinseinnahmen und andere Einnahmen. Und dann hat man auch Zinsausgaben für das Geld, was man sich hier als Liabilities in seiner Bilanz stehen hat. Das ist nicht alles Zinstragend. Aber so 90% davon sind zinspflichtig. Der Rest sind einfache, ja, fällige Rechnungen zum Beispiel. Die würden ja auch drin stehen. Aber das soll uns jetzt nicht so weit interessieren. Zinsausgaben gestiegen von 15,6 auf 15,9 sind immerhin 2%. Das ist auch typisch. Wir haben immer so eine Hysterese. Die Einnahmezinsen sind recht schnell gestiegen bei den BDCs. Und die Ausgabezinsen, die ziehen jetzt so langsam nach. Da werden wir erst Besserung sehen, wenn die FED die Zinsen senkt und am Kapitalmarkt auch wirklich die Zinssenkung angekommen ist. Bin ich gar nicht so sicher, ob das überhaupt in Q4 schon sichtbar sein wird bei den meisten BDCs. Ansonsten haben die eben langfristigere Finanzierung. Und da fällt dann hinten eine raus und die neue, die reinkommt, ist halt teurer. Das kann man ja dann auch sehen. Wenn ich Quotienten bilde, bin ich bei 7,1%. Da hat sich dann doch nicht so viel geändert. Das ist also versteckt in der zweiten Stelle nach dem Komma sozusagen die Änderung. Dann haben wir die anderen Ausgaben, hauptsächlich Gebühren. Ungefähr 10 Millionen davon sind Gebühren an die Muttergesellschaft. Ich habe das mal im Kopf überschlagen. Die haben, glaube ich, eine Managementgebühr von 1,25%. Das wäre ja im Vergleich... Ich hatte jetzt gerade bei Triplepoint kritisiert, dass die 1,75% haben. Dann wäre das ja vergleichsweise günstig. Gollup immer als Referenz mit 1%. Das hat aber kaum einer. Also 1,25% ist im Vergleich mit anderen auch relativ günstig noch. So, dann kommen wir schon zum Net Investment Income. Das ist sozusagen das operative Ergebnis. Das ist das, worauf wir warten, worauf wir gespannt schauen. Da haben wir einen Rückgang um 7%. Das ist schade, aber it's true. Wir haben weniger Einnahmen, ungefähr gleiche Ausgaben. Damit bleibt es uns nicht erspart, hier auch einen Rückgang zu sehen. 21,7% entspricht Q3 des Vorjahres und liegt immer noch 5% über Q2 im Vorjahr. Aber auch hier muss man sagen, Höhepunkt erreicht, überschritten. Und wir sehen eine Abwärts-Tendenz. Trotzdem, wenn ich die beiden Addierungen verdopple, bin ich 9% über Vorjahr. Das wird wohl nicht passieren. Meine Erwartung ist, dass wir das Net Investment Income des Vorjahres mit 82 Millionen auch erreichen können. Das ist immerhin 38% über dem Wert von 2022. Bewertungsänderungen sind da, sind nicht krass, würde ich sagen. Also 1,3 von 21, das ist okay. Wir hatten im ganzen letzten Jahr einen Zuwachs von 1,3. Wir haben in diesem Jahr, wenn ich die beiden addiere, ja auch einen Zuwachs von 3,4 Millionen. Und die große Abwertung hatten wir mit den Zinssteigerungen in 2022. Da ist eben 3 Viertel vom Net Investment Income ist dann wieder als Vorsorge in die Bewertungsänderung geflossen. Und immer, wenn es einem jetzt gelingt, dass Darlehen zurückkommen oder man verkauft sie über den reduzierten Wert, dann hat man eben positive Zuschreibungen. Und das ist doch jetzt in den letzten 6 Quartalen öfter mal vorgekommen. 5 Quartalen, das 6 ist ausgeblendet. Aber nicht immer, wie man jetzt sieht. Ja, dann haben wir einen Gewinn, der jetzt ein bisschen unter dem Net Investment Income liegt, der liegt aber oft auch drüber. 28 und 20 sind 48, mal 2 sind 96, läge über dem Vorjahresergebnis. Ja, auch hier wäre ich zufrieden, wenn wir einen Gewinn hätten wie im Vorjahr. Man muss das jetzt ein bisschen in Relation mit der Dividende sehen, da kommen wir aber gleich dazu. Aktienbestand ist praktisch unverändert. Wir haben jetzt in dem letzten Jahr hier auch keine Änderung. Wir hatten in Q1 letzten Jahres einen Zuwachs um gut 20% neue Aktien rausgegeben. Und seitdem hat sich also im Aktienbestand nichts geändert. Oder nur so im Nachkommabereich. Hier ist so wirklich gar keine Änderung zu sehen. Ne, keine Änderung. Dann haben wir also beim Mittelwert logischerweise auch keine Änderung. Der Kurs ist ja nach oben gezogen, hier vor einem Jahr. 15 Dollar, dann über 17 auf die 18 hoch. Und jetzt sind wir wieder bei 16 Dollar. Oder bei 17 Dollar irgendwas, glaube ich, sind wir jetzt wieder angekommen. Ich habe es ja gerade angeguckt, konnte es mir aber nicht merken. Da haben wir es 17,98. Also wir haben jetzt schon wieder einen Anstieg. Tiefpunkt waren bei 17,50. Und jetzt ist es wieder ein BDC, wo ich jetzt gerne mal nochmal, Entschuldigung, nochmal einen Rücksetzer sehen würde. Würde mich freuen, dann würde ich da auch nochmal nachkaufen. Ja, die 17,50 oder jetzt 17,98 wäre ja von den Quartalzahlen, die hier sind, auch schon wieder die zweithöchste sozusagen. Ja, wir gucken dann auf den Buchwert 20,30 Dollar. Der Buchwert ist leicht gestiegen, trotz der Bewertungskorrekturen, die wir haben. Das zeigt also schon, wir haben eine moderate Dividende, die hier bezahlt wird und die trotzdem nicht schlecht ist. Und wir haben noch etwas, diese Kurse, die ich irgendwie vermeintlich für hoch halte, sind immer noch unter dem Buchwert. Also wir haben einen Buchwert von über 20 Dollar und hatten hier Kurse, die 2,50 Dollar und mehr drunter lagen. Ja, auch über 2,50 Dollar. Also hier sogar 4 Dollar Abstand zum Buchwert, 6 Dollar. Also die Börse hat zunehmend diesen BDC wohlwollend betrachtet und hat dieses Loch zwischen Börsenpreis und Buchwert jetzt so nach und nach geschlossen. Trotzdem immer noch ein negativer Abstand an der Börse, sollte man beachten. Gewinn pro Aktie 55 Cent, Net Investment Income 59 Cent. Ja, es war letztes Quartal etwas besser. Die 59 haben wir hier in Q3, letztes Jahr haben wir auch gesehen, letztes Jahr also 2,30 Dollar. Ich würde fast sagen, das werden wir dieses Jahr vielleicht auch so 2,25 werden wir auf jeden Fall auch sehen im Net Investment Income. Und beim Gewinn, es ist immer schwer vorhersehbar, was noch passiert in der Wirtschaft in den nächsten beiden Quartalen. Gibt es noch mal eine Notwendigkeit für Abwertungen oder läuft das jetzt alles so durch? Keine Ahnung. Der Gewinn ist schwerer vorhersehbar als das Net Investment Income und das kann man immer schon so ein bisschen vorabschätzen. Die Dividende betrug also letztes Quartal 51 Cent und das waren 41 Cent plus Sonderdividende von 10 Cent. Dann hat man die Sonderdividende um 1 Cent erhöht, ist auf 52 gegangen. Man hat jetzt die Basisdividende um 1 Cent erhöht auf 42 Cent. Die wird aber erst in Q4 bezahlt. Man hat dann sehr langen Zeitraum mit der Dividendenzahlung, die man jetzt mit den Q2-Zahlen festgelegt hat, wird ausbezahlt erst in Q4. Und dann gibt es eine Sonderdividende von 9 Cent, die wird schon in Q3 ausbezahlt. Also diese beiden Dividenden hier auch, 41 und 11, die liegen auseinander. Man hat an zwei Zahlungstermine sozusagen. Gut, aber was sagt mir das? Wir haben hier ein Net Investment Income von 59 und über 60 und haben also Dividenden, die die Basisdividende liegt ja sogar, ich rechne jetzt mal kurz im Kopf, 30% unter der Sonderdividende. Und diese Sonderdividende bemisst sich, da haben sie eine Rechenformel, 50% aus dem, was im Vorquartal nicht ausgeschüttet wurde. Also sozusagen ein Spillover und davon wird die Hälfte dann als Sonderdividende ausgekehrt, abgerundet, aufgerundet, auf den Cent, whatever. Also sie machen das nach einer Formel sozusagen. Und ich habe hier ja einen Gewinn von 5,50 und selbst der Gewinn liegt noch über der Dividende. Das haben wir längst nicht bei jedem BDC und das führt natürlich auch zu diesem Anstieg im Buchwert, den wir hier ja auch sehen können von 20,28 auf 20,30. Wenn ich diese Dividende jetzt genau in Abhängigkeit zum Gewinn, dann haben wir eigentlich hier in den letzten sechs Quartalen immer den Fall gehabt, dass der Gewinn über der Dividende lag. Net Investment Income sogar für den BDC extrem niedrig zwischen knapp 90 jetzt und 67 war hier auch mal dabei, 70%. Das ist auch schon sehr konservativ, so in Richtung Ares sozusagen gemessen am Net Investment Income. Aber hier hatten wir natürlich auch mal eine Situation, wo der Gewinn aufgrund dieser Sonderabschreibung nur bei 50 Cent lag und man im ganzen Jahr 1,80 Dividende ausgezahlt hat. Das war schon so, dass da wenig Spillover vorhanden gewesen ist. Dann hat man auch im nächsten Quartal hier, nächsten zwei Quartalen wohl keine Sonderdividenden bezahlt. Ja, und hier ist auch nur eine vorgekommen. Also diese üppigen Sonderdividenden kommen jetzt aus der hohen Differenz zwischen dem Gewinn und der Dividende. Kann auch wieder verschwinden, würde ich mal sagen. Dann bleiben aber die 41 Cent übrig, 42 Cent mal 4, 1,60 Dollar bei Kursen um 1,80. Das wären dann auch immer noch 8, 9% Dividende. Ohne Sonderdividenden wäre man also so bei Ares in etwa. Dividende vom Kurs, also mit Sonderdividenden, so wie ich immer rechne, hier 11%, hier hatten wir 11,80. Jetzt hatten wir ja einen Rücksetzer, sodass wir über 12% mit den Dividenden waren. Oder an die 12% ran. Ja, bin ich zufrieden. Gute Dividende. Wir gucken auf den BDC-Vergleich. Da ist das der letzte, den ich jetzt so dazu gefügt habe. Und man kann hier also hinten um die Ecke gucken. Bearings BDC, Pennant Park, Sion ist auch bei mir relativ neu im Portfolio. Und Crescent CCAP hier mit einer leichten Steigerung. Sion hat das jetzt in 2024 nicht hinbekommen. Und Bearings, wenn wir hier vorne stehen, auch mit dem Rückgang, während Pennant Park eben das Volumen hier doch hat steigern können. Durchschnittsbestand hier an Assets aufgerundet 9. Da sticht dann Sion hervor, die haben deutlich größere Werte. Hier alle anderen liegen so in dem selben Bereich. Ein Kapital, 45. Das passt auch. Pennant Park geht mehr auf Fremdkapital. Aber die anderen drei, auch alle extern gemanagt, bei denen kommt das auch so in etwa hin. Hebel da mit 1,2. Haben die anderen auch Einnahmen pro Asset. Da liegt man so im Mittelfeld. Pennant ein bisschen drunter und Sion ein bisschen drüber. Wenn ich das Net Investment Income, also den operativen Ertrag durch den Preis an der Börse teile, habe ich hier 12,5. Das ist gar nicht so ein hoher Wert. Die anderen liegen hier teilweise drüber, weil die Abstände zum Net Asset Value doch größer sind. Zumindest bei Sion und bei Bearings. Von den eingenommenen Zinsen werden 32,5% wieder ausgegeben. Das ist bei Sion hier sehr schlecht gemanagt, meiner Meinung nach. Könnte man besser machen. Bei Pennant Park 31 und Bearings macht das besser mit 27,7. Also das ist nicht so vorbildlich, sondern verbesserungsfähig, würde ich mal sagen. Dann müssen wir nochmal auf die Fristigkeiten gucken. Wann werden die Zinsen fällig? Wenn ich das Net Investment Income, operativer Gewinn durch die Einnahmen teile, dann bin ich hier bei 44%. Das ist okay. Unter 40 ist es eigentlich schon schlecht. Und bei Bearings mit den 56, das war schon ein herausragender Wert. Jetzt in Q2 betrachtet 44% ist ganz okay. Für die extern gemanagten, internen liegen im Allgemeinen hier drüber. Ja, wir haben immer noch einen Abstand vom Preis zum Buchwert, vom Börsenpreis von 7%. Der ist geschrumpft. Wir haben bei Sion einen höheren Abstand, würde ich sagen, auch zu Recht, weil die Ertragssituation schlechter ist. Wir haben bei Penn & Park sind wir auf Linie und bei BBDC haben wir auch noch einen Abstand von 14%. Meiner Meinung nach ist das zu viel, aber es hängt auch ein bisschen mit der Dividendenpolitik zusammen. Die ist sehr restriktiv. Das erzeugt nicht so viel Interesse und Penn & Park hat eine sehr aggressive Dividendenpolitik. Das freut den Pensionär, sage ich jetzt mal. Es ist alles so eine Mischung aus verschiedenen Faktoren, die man da berücksichtigt. Man muss für sich selber halt dann entscheiden, was ist mir wichtig. Sicherheit, gute Dividende, etwas mehr Risiko oder nicht. Das ist so eine Mischung, die man sich da zusammensuchen muss. Deswegen am besten mehrere BDCs haben. Ja, Dividendenrendite hatten wir ja 11,1%. Das ist so im Rückschau gar nicht schlecht für CCAP. Sion durch die günstigen Preise liegt da deutlich drüber. Aber Penn & Park liegt auch nur bei 11,1%, macht halt monatliche Ausschüttung. Und Bearings liegt ein bisschen zurück mit 10,7%. Ich würde mir da auch mal eine kleine Dividendenerhöhung bei Bearings mal wünschen. Die sind also wirklich sehr zurückhaltend. Dividende 2,06$. Das hatten wir schon gesehen. Die Steigerung eben hier jetzt 19%. In 2024 würde man das durchhalten können mit diesen hohen Sonderzahlungen. Ich denke mal nicht. Es wird auch wieder ein bisschen runtergehen in 2025. Hätte man 1.000$ investiert, hätte man nur 57 Aktien bekommen am 1.1. Da hätten wir jetzt 1.080 draus gemacht, hätte nochmal 60 Dollar, hätte man 140 verdient. Das ist gut. Kein Spitzenwert, aber ein guter Wert. Und wenn man das über 3 Jahre, 3,5 Jahre gemacht hätte, hätte man 700 Dollar verdient. Das verdient schon Respekt. Ja, bei Penn & Park wären es 1.900 gewesen. Aber das war eine Sondersituation, weil die Aktie so schlecht bewertet war Anfang 2021 oder genauer gesagt am 1.10.2020. Da wirkte noch ein bisschen die Corona-Krise mit Dividendenkürzungen und so weiter. Und da hätte man sich vielleicht auch nicht getraut, dann da überhaupt reinzugehen. Also ich würde sagen, so insgesamt ein sehr guter Wert hier, wenn man 3,5 Jahre investiert gewesen wäre. Also jetzt schauen wir nochmal insbesondere auf die aktuelle Situation und die Schulden, was da die Fälligkeiten angeht. Hier sieht man also, wenn man 1.000$ zu Anfang angelegt hätte, dann hätte man jetzt 1.600 hier draus gemacht. Sagen die U215, waren die aber meiner Meinung nach noch gar nicht an der Börse. Und in der Zeit haben sie also auch 33 Dollar ausgeschüttet. Ja, nützt mir nichts. Ich hätte sie ja nicht gekriegt. Ich wollte nochmal auf die, hier ist es nochmal 42 Cent, ist nun die Dividende, die wird am 15.10. ausbezahlt. Und dann gibt es eben noch eine Donner-Dividende von 9 Cent, die wird am 16. September bezahlt. Die fällt also noch in Q3. Und die andere kommt erst in Q4. Das haben wir im Prinzip schon gesehen. Ich wollte nochmal ein bisschen auf die Neuvergabe von Krediten gucken. Wir haben also auch ein sehr stark flotendes Portfolio. 97% ist Zinsfloating. Und wenn die Fett die Zinsen senkt, dann gehen die Einnahmen natürlich auch sofort runter. Wenig Fixfinanzierung. Hier haben wir die New Investment Activity. Also die haben 119 Millionen unterschrieben. Davon 44 gefundet. Es scheint dann gar nicht viel zurückgekommen zu sein. Also das ist nett. Okay. Also dann die Rückzahlungen abgezogen. Ich habe auch nichts zu den Rückzahlungen so richtig gefunden. Man sieht aber hier den Yield. Also bei den neuen haben sie es nur auf 11,1 gebracht. Wir haben ja hier 11,5, 11,9. Also man sieht also schon bei der Neuvergabe, hier ist fast ein Prozent weniger als im Vorjahr. Ja, das interessiert mich jetzt alles nicht. Das ist der Net Asset Value. Okay, das ist so ein schönes Diagramm. Brauchen wir nicht. 183 Firmen. Das ist ein bisschen verteilt. Die haben Erstrange, die haben wir hier stehen. Und dann gibt es eben solche, gibt es eben so Mischpositionen. Das wird hier, mir fällt gerade der Fachbegriff nicht ein. Das hatten wir uns im letzten Video mal genauer angeschaut. Und ja, hauptsächlich USA, ein bisschen Europa ist da auch dabei. Ja, hier haben wir das Unitrench. Ja, das ist eine Mischung aus erst- und zweitrangigen Darlehen und hat einen besonders einfachen Unterschriftsprozess. Der Kunde muss nicht einmal erstrangig aufnehmen und dann nochmal irgendwo rumlaufen und hat dann Schwierigkeiten, eine zweitrangige Finanzierung zu bekommen, sondern das bietet CCAP mit einem Satz von Dokumenten aus einer Hand an. Das ist so ein bisschen ihre Stärke sozusagen. Da haben sie dann auch einen relativ großen Anteil. Wie gut das funktioniert, wird man dann sehen, wenn es zu Pendungen kommt. Natürlich haben die das auch durch ihre Anwälte prüfen lassen, aber was heißt das schon? Ja, hier sieht man das ein bisschen. Der Zins oder der Yield auf die, also alle Einnahmen auf die Assets, ist ein bisschen rückläufig auf den Bestand. Während die Zinsen, das Gelbe hier, das steigt so ein bisschen an. Das quetscht hier den Ertrag zusammen. Das wird auch ein Thema in 2025 bei allen BDCs sein. Hier geht es nochmal um die Ratings, also schlecht geratet 4 und 5. Das sind wir im Bereich von 1%. Das ist ein gutes Portfolio hier nach ihrer eigenen Metrik. Dann gucken wir mal auf die Kapitalstruktur und das gefällt mir eigentlich ganz gut. 2024 ist nichts fällig, 2025 ist auch nichts fällig und die ersten Fälligkeiten haben wir erst in 2026. Die müssen sich also nicht mit Refinanzierung unter Zeitdruck herumschlagen, sondern können das in aller Ruhe angehen lassen. Und dann haben sie auch wieder zwei Jahre, wo nichts fällig wird und dann erst 2029. Das ist eigentlich gut gemischt. Hier nach ihrer eigenen Zinsberechnung sind sie bei knapp unter 7% im Moment. Wir haben hier unbesicherte Nodes, haben hier auch so eine Revolver-Fazilität, SOFR plus 2,45, das sind also ungefähr 7,5% und hier haben sie noch so einen anderen Corporate Revolving. Und bei beiden haben sie auch noch Möglichkeiten, insgesamt hier über 200 Millionen rauszuziehen, wenn sie sie denn brauchen würden. Ihr werdet natürlich solche Nodes, die gibt man einmal raus und dann stehen die an der Börse. Die haben dafür den Vorteil, dass wir hier nur eine Zins von 4 und 5% haben. Die 7,5% sind auch schon ein bisschen neuerer, die kommen aus 2023. Und da sieht man, dass die Zinsen höher sind. Wenn man jetzt Nodes begibt, liegt man mit Sicherheit auch im Bereich 7,5%. Das wird man wohl auch erst 2025 machen, wenn es vielleicht auch mal ein bisschen gesunkenere Zinsen gibt. Also für mich ein schöner BDC, ein guter BDC, der ein bisschen, der eine gute Ausschüttung liefert und trotzdem man das Gefühl hat, hier wird nicht auf den letzten Knopf der ganze Gewinn ausgeschüttet. Ich wüsste, also das ist, finde ich, ein schönes Ende aus dieser ganzen BDC-Reihe, hier nochmal auf so einem positiven Ergebnis sozusagen hier zu enden. Bin ich sehr zufrieden mit. Ist auch ein Wert, wo ich sagen würde, da würde ich gerne nochmal 100 Stück dazunehmen. Hängt jetzt so ein bisschen vom Kurs ab, aber wir haben eben immer noch bei einem Börsenkurs von 18 Dollar zu einem Net Investment Income von über 20. haben wir immer noch eine Differenz, warum was ein Net Investment Income von 2 Dollar, die ich den ganzen Zooms hier an der Börse günstiger kriege, also mit einem 10% Discount. Warum nicht, würde ich sagen, ja. Okay, ich danke für die Aufmerksamkeit und ich glaube, heute wird es ein heißer Tag. Heute ist ja 13.08 Uhr, da wird es nochmal richtig heiß werden. Bis dahin.